Hallo, Willkommen zu einem neuen Part von Splatoon. Tja, ich habe gedacht, komm, ich nehme heute noch ein Splatoon Part auf und dann, da dachte ich, komm, mach eins und dann, seht ihr, ich mache jetzt noch ein Splatoon Part hier zum ab, so toll, dieses Tages, heute ist ja Freitag und tja, nun mache ich, nehme ich noch ein Part von Splatoon auf. So, ich weiß ja, ich habe gerade mal ein Inkling Amiibo und tja, so, wo haben wir denn stehen geblieben? Oh, da gibt es wieder die News. Da sind die kleinen News. Okay, also, da waren gerade wieder die News und tja, nun machen wir wieder weiter und ja, heute geht es praktisch halt nicht auf die Hauptstory zu. Ihr wisst ja, tja, heute geht es ja nicht auf die Hauptstory zu, sondern ich werde jetzt noch, 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 habe ich die Hauptstory zu machen, oder? Komm, wir gehen heute mal online, denn, tja, ich bin so heiß drauf, also, tja, wegen heute wieder eine Online-Folge, danach nehmen wir noch, noch was anderes auf und deswegen hier. So, los! Also, ich bin heiß drauf, Kämpfe werden gesucht. So, wenn ich gerade wieder spiele. Oh! So, ich bin ein Auto für drei und die anderen sind ein Auto für sieben. So, ich bin gerade noch auf Doof State 1, also. Da ist Welt 1 gestafft, also, tja. Aber ich kann es gerade nicht sehen, also, tja. So, nun heißt es, wir dürfen nun wieder kämpfen, also. Ach, Rowana Center, cool. Neues Data-Heinheit, und wir dürfen wieder rumketzen. Rumketzen, ich bin im blauen Team. Also, tja. Und Aramichel, cool. So, 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 was das sagt mir keiner weseit doch mal der Claptor oder was äh äh was du was so nieder so 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 Was? Was? Danke. So, bei wem gerade? Fällt jetzt schlecht aus mit den Punkten Was, du heilige Mist? Oh So, einer habe ich noch getötet, aber tja Ihr kriegt es nicht hin, wir haben verloren, tja Das liegt nicht an mir, Leute, sondern an die anderen Das liegt nicht an mir, sondern an der Waffe Wir werden den Kampf mit Sonnen fortsetzen So, drei So, der Kampf beginnt Bitte gebt mir nun mal eine richtige Waffe Bekomme ich direkt runter Was? Ich bekomme immer die Waffe So Mal fragen mich so, ob ich mit Jod dann Dann die Mutte vielleicht sagen werde, aber tja Ich werde das hier, gerade hier Und ein paar Tja, ich habe gerade kein Thema Diesen Partner, ich muss mich gerade konzentrieren Das ist ein Trian Ich gucke schon, ob da irgendwo Feinde sind Hä? Habe jetzt gar nicht gewusst, dass ich Was? Was? WTF WTF So, wo wird denn gefeuert? Von irgendwo muss ich doch kommen Was? Von da? Was? Was? BAS! Yes, komm mal, aber ich diesmal Puh, wir haben ganz viel Feuerwehr angebracht und wir haben gewonnen, Leute Renni kann ich sowieso vorsetzen, weil ein paar Kämpfe reichen noch, so bin immer noch zu verdreiten, ein Tauben vermute 21, so, so, guck mal, habe ich diesmal für Reweekämpfe, Aruwana City, wenn die Morgang mit, äh, ich so abziehen, so, in der Tromach geht es auch weiter, aber dass, dass, dass. Ja, du. Oh Oh Was Was zur Hölle Oh Vielleicht haben wir eine Amiibo gegen Gerade drauf gespielt Oh Die kommen von da drüben Von irgendwo kommt es Na Was Die Johan Meine Bahn Unsere Basis Was Was zur Hölle Wir haben verloren Leute Wir haben verloren Eindeutig Wir haben verloren Das darf doch gar nicht wahr sein Genauso für 3 Tja man immer nur ein paar Kämpfe Weil tja So 674 Euro Habe ich gerade Punkt Kass Oh cool eine andere Estate Da bin ich Oh Okay Hey ich glaube ich Kein Klecksorler geht weg Ist das Tutorial Level oder was Wow Oh Vorsicht Nein Bombe kommt von Da Ja D Tja 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 Getroffen! Da ist er! VTF! Nice Nice Doh, we killed Haaaaaa ZTS We fell in the video, guys Wir verlieren, Leute wir haben verloren, eindeutig, wir haben verloren, eindeutig, ihr seht's, verloren, tja, der liegt nicht an mir Leute, der liegt doch an mir, genauso für drei, dieser Part wird auch wieder kurz, ich würde sagen, ich werde jetzt, den da machen, den würde ich sagen, ich werde letztens nochmal rein, so Kämpfer werden gesucht, währenddessen, mit den letzten, miss, oh, hä, hey, wieso ist gerade einer auf Level 2 und nicht, Klextrolle, Revierkampf, ach nö, nicht so wieder, wieder Romano City, darf nicht, bleb, bleb, vorwärtsa, rrrrrrrrrrrr vorwärtsa! fh was alter haut er mich weg und dann fast im nie genug we kommen nach dem wakadee 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 waaas waaas Wollen wir sie irgendwie verunterrollen, oder was? Rollen wir ihn kalt. Waaaaah! Wo ist denn? Wollen wir ihn? Toh! Was? Ich dachte, das wäre noch was. Wir haben wieder verloren. Ein... Sieg? Hä? Cool. Ah, weil er eine 1.105 hatte. Alter. Ich würde dir sagen, wir machen noch einen Kampf für diesen Siegertruf. Tja, weil Buben ja auf Stufen auf Siegertrufe 4 und... Hä? Wie, einer ist auf Stufen 1? Hä? So, Kampf beginnt so, Achtkämpfer. Wo bin ich? Ach da. Da bin ich, mit meinem Textroller und... Da habe ich mich ganzer gefreut und nun habe ich endlich geholt die Elemental Edition hier. Oh, da bin ich... Tende. Oh, da bin ich, mit Klackser erledigt. Oh, da bin ich, mit Klackser erledigt. Oh, da bin ich. 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 Oh, das ist das. Oh, das ist das. Beatories Toka-toka-toka-toka-toka-tok-toka-toka... danENT-kwilla,... aaaaaass!! Das war's, wir haben verloren, Leute. Oder haben wir gewonnen? Die Katze insited, ja. Pff. Bitte, 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 bitte. Nein, wir haben verloren. Das war echt knapp, Leute. Da haben wir die Stufenaufstieg. Oh nein, der liegt wieder bei mir. Stufenaufstieg. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Online-Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen und sehen uns dann in der nächsten Folge von Datum Online. Also, pff. Euer CrazySmeet.